Ich stehe hier auf der Buswände im Neufeld, wo hoffentlich schon bald mit dem Bau des neuen Hallenbads angefangen werden kann. Wir sind nämlich einen Schritt weitergekommen. Das Bauprojekt liegt jetzt vor und wenn alles nach Plan läuft, kann die Bevölkerung noch in diesem Jahr über einen Baukredit von 75 Millionen abstimmen. Denn alle, die gerne schwimmen, wissen es, wir brauchen dringend ein neues Hallenbad, damit wir genügend Platz haben für Jung und Alt, für die Familien, für die Schulen und die Vereine. Und die Stadt Bern möchte mit diesem Bau zeigen, dass es möglich ist, ein Hallenbad zu bauen, das ökologisch und energetisch vorbildlich ist.